Wenn du die Karte hebt, dann kommt das schon was zu heißen. Da war eigentlich ein ganzes Falsch. Ein ganzes Falsch. Er hat jetzt Zeit zum Relaxen. Das ist gut. Ruf ihn doch dir nicht schon mal kurz. Nein, darfst du nicht. Du musst nicht so stehen bleiben. Helfen auf. Ich mein suchen, damit du ihm was anderes anzeigst. Helfen auf. Der Juni, der hier mit Rechten anzupackt. Wenn man Rechten anzupackt. Wenn man mit den Karte hätte, dann würde er aufzupacken. Aufzupacken machen. Das ist wegen dem Dreh. Das kann man auch. Wir zeigen euch hier. Das muss man nicht so schliessen. Ja. Das tut mir leid. Aber ich hätte gedacht, Sampa verliert. Aber Sampa ist eigentlich voll gut. Ja. Zwei Karte, die wir machen. Ja. Und mit drauf gezahlt. Okay. Bei 6 Uhr war es unter 2,3,8 Uhr. Der muss auch passen. Ja. Das ist voll gut. Ich hab das auch gar nicht gemerkt. Ich hab das auch gar nicht gemerkt. Mit der Plattern. Wenn du sie anzupackt. Direkt nach oben! Die place. Wauw! Zieht das wieder! Wauw! Bieda! Das war so gut! Wauw! Wauw! Zieht das wieder. Acht Punkte! Bieda! Acht Punkte! Bieda! Nein! Ich geh' noch ein Fehler gemacht, ich geh' nicht! Savas! Und los, Hände hoch! Los, los! Oh! Was macht er denn für den Scheiß hier? Los! Vielleicht wär das so reflektar. Los! Der ist echt schon schlafen, komm mal! Weiter, weiter! Zum Kopf, zum Kopf! Ja, ja! Kopf, Kopf! Kopf! Wieder ein... Kopf! So weit unten. Der kommt doch alles wieder, Mann! Rennen zum Kopf! Er hat keine Deckung! Er hat doch getroffen! Warte, warte! Pusch! 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 Pusch ihn raus! Ja! Ja! Der hat doch vier drücken, er hat großen! Der muss doch! Pusch! 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 Mädchen... Pusch... Pusch! Vielen Dank. Vielen Dank. Hände hoch, Hände hoch, Fäuste nach oben, Deckung, Deckung, Hände hoch. Hitze hoch, Hände hoch! Auf und da. Auf und da. Es ist ein Match. Los! Sommer! Nochmal! Los, Sommer! Los! Schütteln! Schiebe! Pusch! Los! Los! Nein, kämpfen, kämpfen! Zehn Sekunden da hinten! Er hört auf, er gibt auf! Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Das geht auf, du! Zehn Sekunden! Das gibt er von ihm! Zehn Sekunden, du! Fünfzehn Sekunden! Hau, hör auf! Zehn Sekunden, du! Das hieß doch nicht so! Zehn Sekunden, du! Beste! 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 Helfen! Na, helft gerade gut! Du hast Worte für eine Größe, oder? Ja! Wir sind noch dran! Reingespillet! Okay! O.o. Ja, also du! Schau doch nicht mehr! Jörg, du musst viel, du musst viel, du musst! Du musst einfach nur stecken, man? Allein oder so? Da ist dein hartes, voirlle hab ich natürlich nicht mehr! Sie müssen die Aussage stecken, müssen sie nicht mehr! Na, du musst dir in deinem Scheiß todavía! Du musst deinem Zeitpunkt! Du musst deine Handeln, du musst deine Handeln! Ja, die, einfach die ganze Hüste! Die sind auch besser! Und der Tiff kommt die Leer! Spreng! Ja, der muss nichts kommen! Ja, der hat sie vorhin geführt, ja. Der hat am Anfang einen neuen Punkt. Schwierig.